Musik Ich schlage Ihnen vor, wagen Sie es, Shacklins Ausdauer aus vergangener Zeit, für Ihre Zukunft ein Mandat zu erteilen. Charismatisch, kompetent, individuell. Peter Baumgartner begeistert mit seinem Credo, Menschen müssen Mut machen, damit geniale Grenzgänge und Leadership gelingen. Seine lebendige Sprache macht jeden Vortrag einzigartig. Mut machen und nie aufgeben, dafür stehe ich, dafür begeistere ich mich, das ist meine Leidenschaft. Menschen und Unternehmen brauchen für ihre Grenzgänge mehr Leadership. Souveränität bedeutet dabei, nicht alles bis ins Limit auszuweizen. Peter Baumgartner geht an sportliche Limits und verkörpert Leistungsbereitschaft und Ausdauer. Optimismus ist dabei sein ständiger Begleiter. Als Wirtschaftsingenieur und Diplompädagoge vereint Peter Baumgartner zwei Welten zu seiner Position. Wir sind nicht alle gleich. Man muss nicht alles wissen, aber man sollte etwas können. Für Ziele, die Sie noch nie zuvor erreicht haben, müssen Sie ganz einfach Dinge tun, die Sie noch nie zuvor getan haben. Unternehmerisches Handeln können wir reduzieren auf Menschen, Produkte, Profite. Die Menschen stehen an erster Stelle. Der Redner und mehrfache Buchautor erweckt packende historische Abenteuergeschichten zu erfolgreichen Ansätzen. Peter Baumgartner ist Wirtschaftsliteraturpreisträger und schrieb das Wirtschaftsbuch des Jahres. Sein Name steht für faszinierende und spannende Inhalte. Mein Vorbild für Führung oder Leadership ist der britische Polarforscher Sir Ernest Jäggigan. Ein Mann, der viermal in der Antarktis war und jedes Mal zurückkam und nie ein Menschenleben verloren hat. Entweder ein wunderbarer Triumph oder eine ganz, ganz große Tragödie. Ich dachte dir, ein lebender Esel ist dir lieber als ein toter Löwe. Die fulminanten Expeditionen des Polarforschers Ernest Jäggigan sind die kühnsten Abenteuer des 20. Jahrhunderts. Sein Risikomanagement fängt dort an, wo andere aufhören. Wir brauchen faszinierende Liederpersönlichkeiten, die Entscheidungen treffen, denen die Menschen vertrauen und folgen. Das ist mein Plädoyer für Ihre Zukunft, für leidenschaftliches und souveränes Wirtschaften. Peter Baumgartner spricht vor Menschen und wenn sie wollen, den ganzen Tag. Faszination ist garantiert. Geniale Grenzgänge und Leadership am Limit sind immer erfolgsentscheidend. Lieder und Visionäre prägen unsere Welt. Peter Baumgartner macht Mut. Er gibt ihnen nachhaltige Impulse. Lassen Sie sich begeistern. Ihre eigene Innovationskraft muss so groß sein, dass Sie Ihre Produkte am Markt ablösen. Gebt mir Scott als wissenschaftlichen Expeditionsleiter. Gebt mir Amundsen für eine schnelle und perfekte Reise. Wenn sich das Schicksal aber gegen Euch verschworen zu haben scheint und Ihr Euch in einer hoffnungslosen Situation befindet, dann fallt auf die Knie und betet um Schäcklchen. Applaus Applaus Vielen Dank.